Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen jetzt weiter Call of Duty 2. Super. Habe ich wieder nicht drauf geachtet, dass wieder zwei bei Ladebildschirmen kommen. Aber ich glaube, das macht euch nichts, denn es ist unterhaltsam, dieser Ladebildschirm. Eine super schöne Pistole mit einem alten Fernglas. Das haben wir übrigens auch noch. Und ich muss mal wieder den Ton leise machen. Es ist immer zu laut. Und der Rest ist einfach zu leise. Das geht gar nicht. Okay, was passiert hier? Können das die alten Messerschnitts sein? Die von den Deutschen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das sieht schon heftig geil aus. Oh, was denn da passiert? Oh, der Tag ist getroffen worden. Okay. Das ist einer von unseren. Okay, wir haben hier eine schöne Moschee, die scheinbar aufkämpft ist. Willkommen. Ja, aber das ist... Oh, der Schießt mich an, hast du... ...denst es da ab. Äh... ... fache wir mal ein bisschen Schleichmodus, aber scheitler sehen die ja so... ... alle. die nachgeladen habe ich er ist immer da liegt etwas was ich nicht gerne vor der schnauze habe ich kann im übrigen auch nicht zielen merke ich gerade boah das ist keine gute idee gewesen gut dass wir auf normal spielen und nicht auf irgendwas anderem irgendwie ist es so ungenau das Gewehr oder Tops heißt es glaube ich ich möchte mein Gewehr wieder haben wenn wir lieben das entweder die M1 von den Russen oder das Gewehr drauf nicht auf den deutschen gut 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 da bleib mit aber hier liegt nur die Sniper rum wieso haben die hier alle nur oh das ist ja noch bei uns Sniper wo müssen wir hin einmal durch die Moschee durch wir koch m 80 m weg da okay ich habe mit dem Helm vorm Kopf geschossen. Aber da war nicht sein Kopf getroffen. Das geht natürlich auch. Nachladen. Ha! Ich hab drauf geachtet. Ja. War wirklich das einzige, was man bei diesem Gewehr oder bei diesem Maschinengewehr Ah, die Fenster springen nicht. Ist klar gewesen. Nicht so schön, es ist... Oh, oh. Es ist... Mein Zockgröße. Ich meine da. Und die Präzision halt. Natürlich, Präzision. Vergesst man ja so lange nicht. Ah! Das hält man. Von einem Paar. Festtagen. Äh, ja, ich knie. Das hält man ja so lange nicht. D! Ich sitze da. Wo bin ich denn da? Nein, aber wieso? Äh, Mannate. Weg hier, weg hier, weg hier. Wo kann ich mich als nächstes hinflacken? Kann ich die Flugg benutzen? Nein, schade. Das wäre zu geil gewesen. Einfach mit der Flugg wegzukehren. Boah! Könnten wir nicht auch noch was zuschießen? Durchschlossen? Oh, da oben. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Dann sterbe ich. Laufen, 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 tropsen. Sonst sehe ich nichts. Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier. Irgendwo nichts. Ja, war ne Granate. Oh! Wer schießt mich hier ab? Wer schießt mich hier ab? Wer? Der da? Boah. Ne, ich bin eigentlich zu überfreundet gerade für dieses Spiel. Das ist das eine? Oh, ich bin, die... Ich bin nach. Und hier bin ich. Ich bin hier. Ich bin hier.